Hallo Leute, heute wollten wir noch mal uns bedanken beim Stefan für sein Paracord Giveaway. Letzte Woche ist der Preis angekommen und wir waren natürlich jetzt wieder sehr überrascht, wie man Stefan kennt, da war natürlich auch wieder ein Messer dabei. Das zeigen wir gleich nochmal. Erstmal vielen Dank Stefan dafür, haben uns sehr gefreut. So, hier nochmal den Detail. Vegetarisch Beef Jerky, vegetarische Beefy, die werden wir gleich mal probieren. Und wunderbar Paracord Lenny Yard, super helle Lampe. Und natürlich, wo wir uns sehr gefreut haben, noch ein kleines EDC Knife. Besten Dank nochmal. Bis dann. Schlachtfest. Schichter Gulasch. Leute, besucht den Kanal von Stefan, ich blende den unten ein, super Videos, super Knife Reviews, so bin ich ein cooler Kerl, Stefan. Wollt uns aus nochmal, besten Dank und wir sehen uns.